So, da sind wir wieder. Ja, und ist Jonathan irgendwas Tolles eingefallen auf dem Klo? Nein, leider nicht. Na dann. Ja, wir könnten... Ah. Ich gucke mal zu einem rüber. Hat die Wohnung irgendwie einen Wäscherschacht, was der runter zur Wäscherei führt? Hat sie das? Das musst du mir sagen. Das ist deine Wohnung. Na dann ja. Dann hat sie sowas. Gut, dann müssen wir noch die Rampe finden, wo der Service die Wäsche abholt. Wahrscheinlich gibt es ja dann welche Beutel, die mit Apartmentnummer gekennzeichnet werden oder so. Mhm. Ja, dann finden wir den, wenn wir den gefunden haben und wissen, wie wir an die Wäsche drankommen. Aber zumindest die Sachen schon mal im Parkhaus, dann müssen wir wenigstens nur da die Kameras... Nein, dann habt ihr die erstmal im Waschraum, ne? Nicht im Parkhaus. Achso, ich hab jetzt gedacht, ähm... Es würde eine Servicefirma, würde die Wäsche abholen, die Säcke waschen und dann äh... den Inhabern wieder zustellen. So. Ich schau mal, was mein Gesichtswürfel dazu sagt. Warte, warte. Das ist eine klassische Gesichtswürfelsache. Ähm... Wenn ich ihn empfinde. Ich hab ihn lange nicht benutzt. Wahrscheinlich wird der böse sein. Dass ich ihn so lange nicht benutze. Nee, der ist glücklich, dass er wieder benutzt wird. Ja, nee, es ist eine... Die Firma ist im Gebäude ansässig. Also die Wäsche... Alles in der... Im Gebäude. Ja, jetzt ist die Frage, ob wir der Wäscherei einbrechen, machen wir eine weitere Straftat, oder... Ich stehleicht ja irgendwo in einem Teppich abpacken, oder so. Wenn die ganze Etage die Wohnung ist, dann geht ja auch der Fahrstuhl direkt von der Wohnung ab. Dann müssen wir die Fahrstuhlkamera... Vom Flur. Ja, vom Flur... Und mit dem Fahrstuhl kann man doch hoffentlich direkt bis ins Parkhaus fahren, oder? Ja. Drei Kameras... Flur, Fahrstuhl, Parkhaus. Ja. Kriegen wir das hin? Dann müssen wir gar nicht an dem Security-Mensch vorbei, dann müssen wir nur die Kameras irgendwie... Wieso fragt Emma ihn nicht, ob er nicht kurz die Kameras mal ausschalten könnte? Der macht das bestimmt. Warum? Weil sie ihn nackt für ihn auf Flur tanzen will, oder was? Ich glaube, in seinem jetzigen Zustand muss er das noch nicht mal... äh, muss sie das noch tun. Ja. Fragst du ihn, ob er dir mal zeigen kann, wie das geht? Oder so? Ich fühle mich nicht wohl dabei, aber ich kann es versuchen. Ja, prima. Bis gleich. Und dann fahren wir nach unten. Wie sage ich euch denn Bescheid, ob er es gemacht hat, oder nicht? Einer von euch muss mitkommen. Nein, nein, nicht an der SMS. SMS? Ja, genau. Oder, äh, nein, natürlich eine WhatsApp, meine ich. Äh, ja, okay. Ich gehe runter. Und, äh, klopfe dann an die Tür vom Security-Raum. Ja, der ist halt vorne in dieser Lobby halt, ne? Ach so, dann gehe ich einfach da hin. Und? Hat der Kaffee geschmeckt? Oh, ich genieße ihn immer noch Tropfen für Tropfen. Schön, äh, dass sie noch mal heruntergekommen sind. Alles in Ordnung jetzt oben? Kann ich spüren, ob, äh, ob diese Verzückung noch anhält? Ja. Wird es davon ausgehen? Ja, es ist, ähm, alles wieder in Ordnung, aber es, diese ganze Sache ist, ist mir so unangenehm, so, es tut mir so leid, dass ich sie damit behelligen musste. ich, äh, ich gehe mal so hinter den Tresen und setze mich so zu ihm. Ein wirklich interessanter Job, den sie hier machen. Finden sie? Ähm, ja. Ja, natürlich, es ist doch spannend. Sie, sie, sie beschützen diese ganzen Leute hier im Haus. Das ist doch wie ein, wie ein Held. Meinen sie? Ja, natürlich. Er fährt so mit einer Hand kurz über seinen, über seine, über seine Hand. Zieht dann irgendwie den Ring von seinem Finger. Lässt ihn verschwinden. Sagen Sie mal, wie funktioniert das hier eigentlich alles? Diese Kameras und so, wie, wie haben Sie alles im Blick? Ja, das kann man nur als hochqualifiziertes Sicherheitspersonal natürlich, äh, bedienen. Habe ich eine lange, äh, Ausbildung für machen müssen? Bestimmt drei Wochen. Was? Ehrlich? Oh Gott, das sieht ja auch so, alles so kompliziert aus. Ich schaue mal so auf die Knöpfe, ob ich irgendwie erkennen kann, dass ich da einen drücken könnte, um alle auszuschalten. Äh, so ein typischer Red Button. Ja! Äh, Moment. Ja, 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 ja. So was ist... Oh, der Knopf sieht aber, ich, also ich habe mein Handy so, ich habe mein Handy in der Hand und, ähm, drücke so auf diesen Button, der eine Sprachnachricht aufnimmt. Und dann so, wenn ich zum Beispiel hier auf diesen Knopf drücke und in dem Moment drücke ich, was passiert dann? Äh, nein, nein, stopp! Sie haben alles ausgemacht, nein, die, die, Strom ausgeschaltet, für das ganze Terminal. Jetzt muss ich wieder, das ist nur für den Notfall. Steht doch auch drauf, Notfall. Dann schicke ich die Sprachnachricht ab und, äh, oh, das tut mir so leid. Ach, ich bin so ein Schussel. Jetzt mache ich Ihnen noch mehr Unannehmlichkeiten. Kann ich irgendwie helfen? Nee, das kriegen wir schon hin, weil ich muss jetzt nur noch mal nach drüben und dann den Sicherheitscode eingeben und dann startet das System neu. Es dauert so fünf Minuten. Dann drücke ich wieder auf die, auf die Sprachaufnahme-Taste. Fünf Minuten dauert das? Und schicke wieder ab. Oh mein Gott, jetzt haben Sie wegen mir schon wieder Unannehmlichkeiten. Ich werde dafür sorgen, dass Sie einen dicken, fetten Bonus bekommen. Wirklich. Ja, warten Sie hier, ich komme sofort zurück. Natürlich. Ich fasse nichts an. Mhm. Du siehst irgendwie das, wenn du da sitzt auch, dass er den Zettel, den du eben eben unterschrieben hast, so mit Blümchenrändern, so umarmt hat. Oh Gott. Und einen der Bildschirme dran gehängt hat. Deine Frau das nächste Mal vorbeikommt. Ja, während Emma dann los ist, würde ich mal vom Schrank irgendwie einen großen Reisekoffer nehmen. So einen Trunk. Mhm. Dann würde ich sagen, los, schaff den schon mal da rein und in der Autoschlüsselschale gucken, ob die Autoschlüssel da drin liegen. Liegen sie? Ja, ich packe ihn in den Koffer. Mal legen die Autoschlüssel in der Schale oder hast du die dabei? Die liegen in der Schale. Ja, perfekt. Die Frau ist verlassen. Ja. Dann schreite zur Tat und würde ich sagen, ich fahre schon mal runter und hole den Wagen, weil wer weiß, wie lange das dauert und bis dann Emma die Nachricht schreibt, schicke ich den Fahrstuhl nochmal hoch, hole den Wagen oder fahre mit dem Wagen erstmal so durchs Parkhaus irgendwie, damit jetzt nichts da auf den Aufnahmen noch zu sehen ist und wenn die Nachricht ankommt, rückwärts vor die Fahrstuhltür. Mhm. Okay. Ach, dann laden wir ihn ein. Dann schicke ich eine WhatsApp-Mission accomplished. Ja, kriegt Emma dann. Natürlich kommt zurück und dann so. Da haben wir ja ganz schön einen langen Bericht schreiben müssen für heute Abend. Ich gehe auf ihn zu und nehme sein Gesicht in die Hände und küsse ihn einfach mal auf den Mund. Sie sind ein Schatz. Es tut mir so leid. Ich verspreche, ich werde Sie heute Nacht nicht mehr belästigen. Es tut mir so leid. Und dann drehe ich mich um und gehe. Dann wird Puderrot. Sie sind sicher, dass Sie schon gehen müssen? Ich möchte Sie Ihnen nicht noch mehr Ärger machen. Es tut mir leid. Kein Ärger. Hallo. Ich bringe Ihnen morgen noch mal Kaffee vorbei. Tschüss. Kaffee. Noch gar keine Schicht. Der Randy kriegt ihn dann. Ja, okay. Dann fährst du wieder zu den anderen und ihr fahrt dann mit der Leiche im Auto durch die Stadt und wo sollst du hingehen jetzt? Ja, im besten Auto. Jonathan, fahr bitte zum Stadtrand ins kleine Wäldchen. Nein, zum Rand. Nein, du sollst... Du weißt, wo die ihre Stadtgrenzen ziehen. Da fahr ich nicht hin. Moment. Aber wir müssen zum Wald. Es gibt doch einen Park hier. Wir können die noch nicht mitten im Park begraben. Wir suchen uns einfach die Ecke, wo die übelsten Fixer rumlaufen. Friedhof. Ausgezeichnet. Vielleicht ist ja sogar schon ein Grab für eine Beerdigung morgen ausgehoben. Und wir buddeln ein bisschen tiefer und machen das Loch wieder schön plan. Und dann kommt da morgen einer drauf und wir zurück. Merkst du nichts von? Ja, es fällt erst nach 20 Jahren auf. Dann muss uns das noch mal einer nachweisen können. Genau so machen wir es. Ab zum Friedhof. Wir müssen nur aufpassen, dass uns niemand sieht, wenn wir mit dem Koffer auf den Friedhof fahren. Nachts auf den Friedhof? Ja, okay. Wer weiß. Aber... Da sind irgendwelche Poppy-Satanisten oder so. Ja. Ja, gut. Dann... Haben wir eine Schaufel? Nein. Gibt es so etwas nicht hier auf Friedhöfen? Schaufeln? Garantiert irgendwo gibt es bestimmt Schaufeln. Rettet mal da ein, so da auf der Security-Kamera. Genau. Das Leben als Vampir ist gar nicht so einfach. Nein. Nein, wir fahren zu einem Drugstore und holen uns zwei Schaufeln. Wir parken nicht auf dem Parkplatz, sondern irgendwo vor der Straße, dass wir da auf der Kamera nicht auffallen. Vor allen Dingen, ohne dass man das Kennzeichen sieht. Oder es ist wie in dieser... Ja, ist egal, aber in dieser einen Serie, die wir letztens geguckt haben mit diesen beiden Mädels, die da irgendwie bei den einen Hauf weg haben und den Boden sehen können und so. Und nachts in den Baumarkt gehen und sagen, ja, wir brauchen zwei Schaufeln. Also, ich sollte nicht die Schaufel kaufen gehen. Mich kennt jeder. Ich sehe schon, ja. Ich gehe. Wenn die da irgendwas Gutes zum Anziehen haben, kannst du was mitbringen? Du willst Sachen aus einem Drugstore. Ein Sonnenhut oder eine Sonnenbrille und ein Ohrring oder so. Ich will irgendwas mitnehmen. Ja. Ich guck mal. Danke. Ja. Gut, dann holst du eine Schaufel und zwei Schaufeln und ihr fahrt zum Friedhof. Also, ich guck mal, ob im Drugstore irgendwie eine Sonnenbrille keine Ahnung. In pink. Ja, klar. Werf die nach hinten. Ja, prima. Steht die mir immer? Nein. Warum nicht? Sie ist pink. Ja, cool. Aus billigem Plastik. Stimmt, sie ist billig. So billig war die gar nicht. Wie fährt sie denn gekostet, Jonathan? Ja, ich glaube elf Dollar, zwölf Dollar. Ah, sieht sie aus. Die Schaufel hat nur zehn gekostet. Die kannst du später auch anfühlen. Ich brauche eine vernünftige Sonnenbrille. Weil du mal in die Sonne gehen möchtest. Die alle coolen Kids tragen heute Sonnenbrillen. Alle coolen Kids sind auch keine Vampire. Das stimmt. Das bin nur ich. Aber ich brauche die für ein paar Instagram-Fotos. Jonathan? Ja, bitte, William. Glaubst du, ich kriege Ärger? Ich bin sicher, du kriegst Ärger. Hast du vielleicht eine Idee? Das kommt drauf an, mit wem du Ärger bekommst. Das weiß ich ja noch nicht. Das müssen wir dann entscheiden. Also hast du jetzt keine Idee. Nein, weil ich ja nicht weiß, mit wem wir Ärger bekommen. Ich gehe davon aus, ich kriege Ärger mit der Kaiserin. Der Kaiser, der war nämlich der Vogel. Der wollte im Übrigen, dass ich euch im Stich lasse und und denen helfe. Ich weiß nicht genau, in welcher Form, aber das konnte ich nicht mehr rauskriegen. Warum nicht? Gleichlich, da kam so ein Idiot von hinten und hat irgendein Suplex oder sowas gemacht. Das war ein Canadian Destroyer. Guck, mehr Wrestling. Garantiert nicht. Warum nicht? Da sterben Leute, weil eigentlich nicht. Außerdem haben wir doch die eigentliche Motivation, Wrestling zu gucken, verloren. Du tauchst doch nicht mehr auf. Du bist doch immer bei uns. Ja, das gefällt mir eigentlich auch nicht so wirklich. Also, also nicht falsch verstehen, mir gefällt es schon bei euch zu sein, aber ich vermisse das Wrestling-Dasein. Tja, ich vermisse die Highschool. Nicht, dass ich das irgendwann mal, doch, das hätte ich nie sagen sollen, eigentlich. Gibt es nicht so was wie in den Abendschule? Nicht so. Abendschule, da gehen doch noch Verlierer drauf. Vielleicht wäre aber ein bisschen Bildung für dich nicht schlecht. Ich habe ja das Buch von Jonathan, aber das dürfte ich ja nicht zu Ende lesen. Indy. Was machen wir denn, wenn wir ihn verbuddelt haben? Käffchen trinken vielleicht? Achmann? Was? Nein. Gut, ich habe mich an Sarkasmus versucht. Tut mir leid. Ich übe noch. Schaut mal, da hinten ist ein ausgegrabenes Grab. Guck mal. Super, das nehmen wir. Ich, gut, ja. Dann, gucken wir mal, ob da nicht noch einer drin liegt. Ne. Da hätten die machen wir eh schneller zu. Los, obwohl ihr, ihr passt aber auf, ja? Worauf denn? was uns keiner beobachtet. Gut, ich gehe da vorne an die Ecke. Aber nicht alleine. Warum nicht? Weil man sich nicht trennt, man geht immer in Teams. Guckst du eigentlich kein Fernsehen? Dann nehme ich Emma mit. Warum mich? Warum mich? Weil die anderen keine Ahnung von Mode haben. Das ist tatsächlich der Fall und ich musste die anderen beiden. Ja, ich bin in der Zwischenzeit in das Grab gehüpft und fange an zu schaufeln. Ich glaube, für zwei Mann ist es ein bisschen eng da drin, oder? Ja. Ja. Gut. Der soll mal buddeln. Ich stehe auch wache. Gut, dann verbuddelt. Mal gucken, wie weit Emma und Portser weggehen. Ja, nur bis an die nächste Ecke halt. Wir haben das quasi so auf den Hauptweg vom Friedhof rübergegangen. Was heißt, noch in Höhe bei Schreiten mit Ausbecks Verbesserung? Ja, riskiere es nicht, nein. Ja, ja. Schön, dass uns nie langweilig wird. Gut, dann vergrabt ihr den Leichnam 8 Foot Under oder so. 8 Foot Under, ganz mal gucken, halt, dass da von dem, was wir rausgeholt haben, keine Spuren üppisch bleiben, wenn da irgendwie schon so Rollrasen liegt oder Kunstrasen. ja. Ja. Okay, macht mal eine Probe auf Stealth und da ja, genau, das wäre eigentlich ganz witzig, da mal Manipulationen oder so zu nehmen. Stealth und Manipulation. Weil ihr wollt ja, dass das keinem auffällt, was ihr da gemacht habt. Alle machen das, Nö, die da halt an dem Grab arbeiten. Hier steht der Schmiere. Also du und Ports, ja. Gut. Ja. Läuft. William entwickelt sich zum Friedhofsgärtner. Das ist ja auch bestimmt mein Zweitberuf werden. Und dann ist es gleich. So war es. Vielleicht kann ich auch einfach das Gimmick wechseln. Dann werde ich der Totengräber. Ja. Gibt es doch aber schon. Pst. Okay. Habe ich es gesagt. Ihr macht es gehört? Ich nicht. Gut. Dann, äh, schafft ihr das ohne Probleme mit dem, äh, heimlichen, äh, ja, die Leiche unter die andere Leiche verbuddeln. Müsste jetzt nur noch hoffen, dass morgen da nicht noch einer irgendwie nochmal genauer irgendwie reinspringt und noch ein bisschen rumbuddelt und dann die Leiche findet. Aber das ist recht unwahrscheinlich. ja, und das wird halt wahrscheinlich dann erst in 20 Jahren auffallen, wenn das Grab wieder ausgehoben wird. Oder 25 Jahre. Weiß nicht, wie das in Chicago so ist mit den Liegezeiten. Mhm. Gut. Das heißt, die Frage, was machen wir jetzt? Stellen wir uns gleich der Kaiserin, um das Problem aus den Füßen zu schaffen, oder? Ich glaube, das bin ich dem Kaiser schuldig. Ich meine, er war sehr penetrant und auch nicht besonders höflich zu mir. Aber ich sagte ja schon, er war zumindest Familie. Oder, guck, jetzt verschwöre ich die Runde, wir tun so, als wenn das jetzt genau der ausschlaggebende Punkt wäre, warum Emma zur Kaiserin wechseln will und sie ist quasi als Doppelagentin dort. Erfahren wir, was sie vorhat? Ich bin nicht geeignet eine Doppelagentin abzugeben. Na gut, versuch was wert. Warum nicht? Weil ich das nicht kann und möchte. Darum. Wäre uns schon ziemlich hilfreich. na ja. Wisst ihr denn überhaupt, wo die wohnt? Ich weiß zumindest, wo ich war. Aber ob sie da wohnt, das weiß ich nicht. aber wenn wir dahin fahren, wo ich war, könnten wir einen Zettel hinterlassen? Sie möge sich melden. Ja, das könnten wir machen. Gute Idee, William. Danke. Danke. Aber Emma will ja gar nicht mit so Doppel und so. Meint ihr, die redet dann überhaupt noch mit uns? Na ja. Was was hätte die denn davon? Ich würde gerne mal wissen, warum sie überhaupt gegen mich ist. Also mal abgesehen davon, dass ich aus, also das war ja keine Absicht. Aber sie hat doch auf der Sitzung für dich gesprochen. Ja, schon. Deswegen wundert es mich ja auch. Als ob Mike Avianer irgendwie brechenbar wären? Was soll das heißen? Wir haben dich alle furchtbar lieb. John ist ein Wolliam. Wo bleiben denn deine guten Ideen? Ich meine, du hast doch studiert. Psychologie. Da haben wir es. Da haben wir es. Psychologie ist ein sehr schwieriges Fach. Para Parapsychologie. Also alles, was nicht wirklich Psychologie ist. Dann ist ja dein Studium total unnütz. Das ist deine Meinung. Ja, tut es uns nicht besonders. Nein, wenn wir eine wiedererkehrende Geisterscheinung von dem Kaiser sehen würden, vielleicht schon. Aber es gibt keine Geister. Es gibt auch keine Vampire. Da bin ich mir mittlerweile nicht mehr ganz so sicher. Ich meine, ist das so? Na ja, also, aber wir können es ja mal nein, besser nicht, weil was ist, tatsächlich Kreuze wehtun, das nein, keine gute Idee. Tun sie nicht. Aber bei Interview mit einem Vampir, da war das so? Ja, das war ja auch im Fernsehen. Du meinst, das war fake? ja. Außerdem fühlen sich Menschen, glaube ich, besser, wenn sie denken, man könnte uns so einfach besiegen. Das ist mir alles gerade ein bisschen zu viel. also, ich baue auf euch. Schön. ja, gucken die Runde. Wohin jetzt? Ich weiß nicht, da sie sowieso Bescheid weiß, wäre es wahrscheinlich nur anständig, irgendwie zur Kaiserin zu gehen, oder? Da sollten wir auf jeden Fall hin, muss mich entschuldigen. Auch wenn ich sie nicht leiden kann. Dann los. Ja, dann wissen wir wo sie wohnt, also wo wir hin müssen. Das hatten wir ja gerade, ich weiß nur, wo ich war, wo sie mich überfallen haben und meinen Wrestling-Gürtel klauen wollten. Das ist die einzige Erklärung. also, fahr die nächste links und wird dann die nächste wieder rechts und dann geradeaus und dann kommen wir an meiner Wrestling-Schule vorbei, also den Überrest und dann nicht mehr weit. War ja fußläufig, glaube. Ja. Dann gehen wir doch mal nachschauen. Ja, ist halt ein Apartment-Gebäude, nicht sonderlich gehobene Klasse, kleine Apartments. Ja. Die Klingelschilder sagen alle Namen, die euch nichts sagen. Groß. Erinnert sich der William noch daran, wo er geklingelt hat damals oder wo ihr rein seid? Ich weiß zumindest noch, dass ich die Treppen nach oben musste. Und dann war da eine Wohnung und da war ich drin. Ja, wenn du dich daran erinnerst, dann könnt ihr da durchaus, sobald ihr die Fronttür irgendwie aufkriegt, da rein oder zumindest klingeln, wo er vermutet, welcher klingelknapp da dran gehört. Ja. Also auf gut klingeln oder Fronttür aufmachen und dahin gehen, wo du dich erinnern kannst. Jonathan, kannst du die Türe öffnen? Nein, ich bin kein Einbrecher. Also ich kann sie schon dafür mit einem Hammer oder so, aber das wollen wir nicht. Nein, das wollen wir nicht. Das wäre definitiv ein Verbrechen. vielleicht sollten wir einfach klingeln. Oder wir mal so um. Fragen Marine, ob sie hier wirklich wohnt. Die wird es ja wohl mal sicher wissen, oder? Also kannst sie dann gleich auch bitten, für dich ein gutes Wort einzulegen. Aber was ist denn, wenn die Kaiserin schon bei Marine gepetzt hat? Das ist so wahrscheinlich wenn du Glück hast nur einen Einlauf von Marine bekommen. Oder sie zeigt mir wieder den Spiegel. Das ist eine weitere Version, die uns hilft. Ich will das nicht noch mal haben. Nachvollziehbar. Aber wenn ihr meint, dann sollten wir definitiv zu Marine gehen. Oder was meint ihr? Ich weiß nicht, ob das jetzt so lange dauert. weiß sie auch nicht. Vielleicht hat sie sonst einen guten Tipp für uns. Weiß ich nicht. Da müssen wir zurück zur Wrestling Schule. Doch hoffen wir mal, dass sie nicht im Tierheim ist. Ja. Finden wir raus können wir schauen. Gut, dann ab zum Marine und in dem Wohnhaus wieder hoch und dies ist tatsächlich zu Hause und es riecht wieder sehr eigenartig aus ihrer Wohnung diesmal allerdings nicht nach Plätzchen oder so sondern eher so was ganz ganz stark nach Tier geklingelt hat den Tür aufgemacht und die Zwischentür oben ist auch offen Maureen und ich gehe durch die Tür sie ist die altbekannten Teile der Wohnung riecht ziemlich penetrant nach ja ich gehe mal in die Richtung aus der Geruch kommt aus dem wohnzimmer halt da wurde zerbrochene spiegel immer noch liegt aber maureen ist nicht im wohnzimmer maureen ja ich muss was kommt aus dem badezimmer ich muss was beichten beichten ja leider moment das die klospülung aha dann kommt maureen aus dem aus dem partezimmer raus zuckt sich so die hausklamotten die sie an hat altbacken das kleid schürze um warum geht's denn bist du alleine gekommen nein ich meine entschuldigung die anderen sind auch da na dann wo sind sie denn wo sind sie denn hallo hätte abend die könnt ihr hinter dem großen starken mann hier sowas von verstecken ja das ist richtig und ihr habt ja sogar die beiden hübschen mitgebracht die beiden hübschen kleinen dame ja hallo ich habe leider kein nichts was ich euch anbieten kann das ist auch nicht nötig vielleicht kannst du aber trotzdem behilflich sein nachdem ich beichtet habe sehe ich so aus wie ein priester vielleicht wie ein priester der zu hause ist gute antwort setzt euch bitte danke also ich habe mir ist ein missgeschick passiert ist das so ja also ich etwas blut verschüttet also da kam nichts aus ihm raus wenn man das genau nimmt also schon ist hilf mir doch mal du machst das sehr sehr gut vor einfach fort okay okay also es ist so gewesen du kennst doch sicherlich den kaiser ja der ist leider da ist der ist gebrochen ist ist was also er hat geworfen nein 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 also es war so er war bei uns und dann wollte ich ihn zur tür geleiten und habe ein wenig anlauf genommen und hab ihn aus versehen also mit aus versehen durch die tür gespiert und 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 dann waren wir draußen und dann habe ich mit ihm ein wrestling move hast ihn gepflockt weißt schon dass er kein vampir war das muss ziemlich weh getan haben das konnte ich ja nicht wissen also ich meine er war ja immer so seltsam naja das sind viele leute seltsam viele leute sagen auch ich wäre seltsam wenn ich war ja das also ich weiß auch nicht aber ist auch nicht so weiter schlimm schlimm ist dass der kaiser jetzt nicht mehr unter uns weilt das ist schlimm ja tragisch das ist ja herrin gar nicht gefallen nein und deswegen habe ich beschlossen ich werde mich mal bei ihr vorstellen und mich entschuldigen das könntest du tun ja das könnte ich tun gibt es eine alternative naja du könntest auch nichts tun das ist ja keine alternative wenn du das sagst aber wir müssen wissen wo sie ist damit ich das machen kann das ist richtig weißt du wo sie ist nein das ist ein problem ich weiß ja nicht immer von jedem wo er sich gerade auffällt aber kannst du es vielleicht raus finden für mich bitte das jetzt wo wir gerade alle so schwer also ich bin ja auch gerade sehr schwer beschäftigt die blutjagd und so ich muss mich vorbereiten und so ja schon aber wir bereiten uns ja auch vor und es nie gut wenn man den feind in den eigenen reihen hat naja du hast ja den kaiser getötet und nicht ich also aber es war eins versehen das ist eine berechtigte frage also man man muss ja schon dazu sagen dass es vielleicht etwas über alt war aber nicht unverdient wenn wenn ich das richtig mitbekommen habe hat der kaiser ein angebot der kaiserin überbracht um emma aus unserem klüngel zu entfernen ist das so und kann ich angenommen wirkt es so ich weiß ja nicht hätte sein können kann ich es zwar nicht gut weisen aber bist du unter irgendeinem nein ich glaube nicht aber ich meine sie konnte ja noch nicht mal seine antwort geben der kaiser ist ja da auf unglückliche art und weise aus dem leben leben geschrieben für die kaiserin war das antwort genug das wäre für mich auch antwort genug ja ich wüsste dann wie ihr zu mir steht aber ich stehe eigentlich eigentlich naja wenn man es genau mag ich sie nicht wirklich aber ich hab den kaiser trotzdem nur aus versehen das war keine absicht und ich stehe überhaupt nicht ich weiß noch nicht mal wie sie dazu kommt mich anheuern zu wollen vielleicht kannst du irgendwas was ihr nützlich ist natürlich kann emma vieles das denke ich auch ist hübsch und erfolgreich kann gut singen mag meine törtchen wer mag eure tötchen nicht auch da gibt es einige der postbote zum beispiel der macht ja aber der ist auch verrückt nein ist ja nicht er ist ein netter junger mann warum mochte er sind das weiß ich nicht ich werde ihn beim nächsten mal fragen naja wie dem auch sei was ich mir müssen die kaiserin finden wenn man einen vampir finden will dann sollte man suchen ja das ist schon sehr groß und das ist richtig also ich würde wenn ich sie ganz dringend irgendwie finden muss keine ahnung bei den versammlungsorten suchen im elysium oder so na gut das machen wir am besten elsen melina lasst uns mal zum bus club fahren bitte ja dann der rat der guten maurin ist dann aber ich dürfte ja nicht wieso du nein du darfst nicht hin was warum nicht weil du noch zu jung bist was heißt hier ja ich war doch schon ein paar mal da ja verbotener weise was nein wer hat dir das erlaubt brennen dem der club gehört und wo ist brennen jetzt sehe ich wo der ist also kann er es nicht bezeugen da hast du es also aber ja bitte darf ich wieder nicht dahin wo der spaß ist aber hier das grab und so da sollte dürfte ich aufpassen wenn es dir passt ich sagte ja nicht dass du nicht mitkommen darfst du darfst nur nicht in den club alleine rein hat doch keiner von gesprochen ja dann sagt das doch ich weiß der echt anstrengend manchmal ich kann euch hören sehr schön naja wie dem auch sei denn dann ja bitte so bringe uns zum succubus klub bitte ja ja natürlich mein herr ja dann meine eigene frau maurin danke für euren rat maurin einen schönen abend ich konnte euch ja nicht viel weiterhelfen aber ich habe den steinen des anstoßes gegeben und das ist meist der wichtigste kommt drauf an wofür man den stein brauchen ja dann kann ich ja weiter arbeiten entschuldigt aber wie bereitet ihr euch genau auf die blutjagd vor ich bin schon lange nicht mehr gegen kampf erprobt gewesen und weil es hier so ein werwolf vor der tür steht muss ich ja vorbereitet sein das klingt durchaus logisch die sollen ja groß und haarig und hundig und so sein ja richtig ja gut dann los das ist keine zeit verlieren kommen beruf besucht mich doch jederzeit wieder dass tschüss 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 pass auf dich auf mein kleiner junge und töte nicht wieder einfach irgendwelcher anderen leute bule das macht man nicht das war ein versehen auch not risanut aus versehen ich nehme diesem rat sehr gerne an aber das nächste mal sollten sie sagen halt ich bin mensch oder so nein sollten sie nicht dass du solltest einfach aufpassen was du tust viele unserer arzt sind schon alleine deswegen über naja über das umleben an zwei tagen nicht hinaus gekommen weil sie eben nicht aufpassen was sie tun aber ich meine ich passe ja schon auf also ich naja das ist doch so ich meine ich kläre das mit johnson und dann nicht raus ja dann auf zum auto ja bitte das ist ja alles ganz neu für mich mit dieser ganz vampir geschichte und so ich meine eigentlich gibt es ja keine vampire und mein kopf spielt mir da teilweise ein streich aber du kannst mir doch bestimmt erklären wo der unterschied liegt zwischen einem mensch und eine vampire und wie ich das erkennen kann dass mir so ein missgeschick nicht noch einmal passiert darauf an kannst du dir auch von vampiren lesen wie macht man das spielen des auspäxels einsetzt ich habe das noch nie gemacht das ist ein problem dann kannst du es nicht so ohne weiteres erkennen eine möglichkeit wäre zu fragen eine andere möglichkeit wäre die personen bitten etwas zu essen und dann die nächste halbe stunde bei ihr verbringen wenn sie sich übergibt und es unverdaut und ohne magensaft wieder von sich gibt dann ist es ein vampir oder wenn es sich übergibt und mit magensaft wieder gibt könnte eine unverträglichkeit gegen die nahrungsmittel haben und es ist ein mensch oder das ist kein kein festes ding also kann essen wenn man will aber nicht ewig bei sich behalten oder ich habe schon mal was gegessen und wieder ausgeschieden das war sehr anstrengend aber ging gut dann streicht die punkte also vampir sein ist ganz schön kompliziert ich fand es wirklich angenehmer im ring hin und her zu rennen denn jetzt sind die gebiete wo wir hin und her rennen wesentlich größer ja gut ja ihr fahrt von von williams wrestling studio los und das ist ja auch ganz in der nähe von der arena gewesen wenn ich mich richtig erinnere wenn du das sagst dann wird so sein mein schon ja ja zumindest nicht nicht sondern nicht weit entfernt davon so gut dann werdet ihr unterwegs auf jeden fall einen perception und alert ist hohe machen können die lack mag euch heute drei erfolge drei erfolge gut die erfolge da kommt noch in zwei erfolge hinterher das ist sicher schon das ist williams spezialgebiet ja merkt ihr dass hinter euch ein lieferwagen fährt ein schwarzer lieferwagen der zudem penetrant immer eure abbiege manöver mitmacht vielleicht wette richtung aber ja schon ist ein biet mal bitte die nächste links ab ich glaube da will jemand ein autogramm von mir na klar macht den abbiegen prozess mit melina hast du als glorie dabei habe ich was dabei artillerie ich habe waffen dabei wohl aber ja dann halte man schon müssen du wirst unentspannt natürlich das ist nicht gut denk an deinem blutdruck besten falle sitzt die kaiserin die dich zusammenscheißen will im dummsten fall sind es irgendwelche mörder die sie uns auf den hals geschickt hat also ich glaube nicht dass sie so schnell leute organisiert bekommt und aus dem will ich mich entschuldigen frage ist nur die entschuldung haben will es wäre unhöflich eine entschuldigung abzulehnen in der tat fahrt rechts an den rand parkt quasi da und der lieferwagen fährt an euch vorbei ich versuche mal zu gucken wer da drin sitzt verdunkelte scheiben die frontscheibe auch ja wenn amis geht das uns nicht ja dann von der nummern schild big ben 1 engländer oder poser je nachdem ja vielleicht haben wir uns auch geirrt ich hoffe waren wir weiter nach zwei minuten kommt der nächste lieferwagen und fährt an euch vorbei big band 2 sollen wir den nachfahren mach mal aber unauffällig klar die sonnenbrille an die ich vorhin für portstar gekauft habe da mit dem kleinen wagen hinterher ja dann schauen wir mal ja wo die hinfahren die fahren tatsächlich in den in dieses gebiet rund um die wrestling arena lassen ja da sind ja die ganzen aufgekauften gebäude die dann auch ja leer stehen seit neuestem und ja es sind kaum fahrzeuge sonst auf der straße und ihr seht dass insgesamt fünf lieferwagen vor so einem großen gebäude anhalten wenn 1 bis 5 ja ihr kommt halt ein bisschen zeitverzögert an und seht dass da irgendwie leute mit also so die sehen ziemlich in schwarzen overalls gekleidet glaube ich werde es bereuen aber william du kannst ja besten verfolgen von uns wie du das macht es was du machst was du vor dem schrank macht es du versuchst kein geräusch zu erzeugen aber es hat doch nicht funktioniert doch du darfst kein geräusch erzeugen darfst nicht sprechen du darfst mit keinem gegenstand interagieren dann bist du nicht aufzufinden okay ich versuche aber wie melde ich mich denn bei euch gar nicht du machst das was guckst was so los ist und kommst dann zurück zu uns wenn der beste an der sache zurückkommt oder gar nichts macht dass er keinen kontakt zu uns aufnimmt ja es gibt schon sonderfälle wenn er irgendwie in schwierigkeiten stecken denn schwierigkeiten steckt oder so dann kann er uns aber nur wenn du irgendwo alleine bist weil es darf niemand mitbekommen dass du irgendwelche interaktionen mit irgendwas machst okay ich werde es versuchen es fällt mir bestimmt nicht leicht meine klappe zu halten aber sie passt auf mich auf hätte sie stellen dich lautlos ein trauriger smiley erscheint auf dem display nur kurz ja und dann läuft so ein 20 sekunden timer rückwärts und dann stecke ich sie weg und laufe los dann stelle ich mich irgendwo um ecke und weiß die versuche ja ich versuche das mal was mir gesagt wurde ja und dann läuft sie den den leuten hinterher die gehen halt mit schwerem gerät also die haben so dicke stahlkisten die sie tragen und gehen halt in so ein gebäude rein ja dann folge ich meine mach mal einen test irgendwo rein gehst auf was hatte ich eben gesagt hatte das doch eben schon mal gesagt was war das tschuldigung das erste wird ja immer besser vorhin was dexterity aber okay es ist ja nicht immer dasselbe ja momenten kein erfolg gut dann schleichst du den hinterher und da ist auch den eindruck dass sich keiner groß irgendwie wahrnimmt oder so aber du hast auch den eindruck dass die also die geht in das haus rein und das ist halt wie leer geräumt also überall keine möbel drin oder so die bringen dass diese koffer halt in einen großen großen raum im ersten stock und du hast irgendwie das gefühl dass ob sich so deine nackenhaare so ein bisschen aufstellen oder irgendwas ist hier falsch das noch mal einen test machen auf perception und awareness drei erfolge dann spürst du auf jeden fall eine eine präsenz die hier in diesem irgendwo ganz in der nähe ist die ja irgendwann merkt manchmal ja dass irgendwas nicht richtig ist und du hast das gefühl wirklich dass sie diese leute scheinen irgendwie ja die reden nicht miteinander die die scheinen sich irgendwie so einfach die scheint zu wissen was sie tun tragen einfach diese kisten in diesen raum rein und einige stehen halt am fenster gucken raus und laufen sonst immer hin und her holen weitere kisten und irgendwas irgendwas stimmt hier nicht irgendwas ist aber auch anwesend aber du kannst nicht also hier in dem raum wo die ganzen leute sind ist kann ist nichts ist kein weiterer außer diesen leuten kann ich den blick erhaschen was in den kisten drin ist wir haben sie sind halt zu und sind noch nicht aufgemacht wenn sie ein bisschen wartest du kannst du halt gucken ob sie aufmachen dann kannst du reingucken oder du machst selber auf aber glaubst dann in gefahr halt entdeckt zu werden ich kann ja wenn ich eigentlich kann dann nicht ich verstecke mich weiterhin ja man ignoriert ich so wie das meistens ist beim bei der verdunklung und irgendwann hörst du dann geräusche aus dem nachbarzimmer ein tiefes schnauben ja dann versuche ich mal einen blick zu erhaschen die tür ist nur leicht angelehnt und du kannst durch den tür spalt ein bisschen durch blicken und siehst etwas das fast die komplette breite des raumes einnimmt eine riesige gestalt mit fell ja dann also zumindest diese die branke durch den kleinen tür spalt ja dann langsam aber sicher gehe ich mal lieber zurück weil das ist mir nicht geheuer was du sehen kannst ist dass das fell was diese branke umschließt halt lücken hat und da so geschwüre rauskommen das sieht nicht gesund aus rückzug ist der beste angriff ja dann versuche ich den raum wieder zu verlassen ungesehen und zu den anderen zu gehen ok soll dir gelingen zumindest so gut wie das eben halt gewürfelt hast und ja komm es draußen an ist dann wieder rüber gelaufen zu den anderen john is jetzt ja 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 ich dachte mich kann man nicht sehen man kann dich auch nicht sehen aber hören doch du kannst ja wenn er weiter gesprochen hat auf jeden fall sollten wir hier lieber weg da war irgendwas was fell hatte und eine branke und geschwüre und das war nicht geheuer aber ich konnte nicht sehen was in den kisten war moment als eine wehrkreatur gesehen wenn das in eurer welt so heißt dann ja was heißen in unserer welt und die hatte geschwüre also ich habe sie nicht genau gefragt aber es sah so aus ja mir auch nicht ist mir aber auch egal weil wir weil das war nicht richtig das war ganz und gar ich habe es gespürt das war nicht gut wir sollten lieber weg gehen aber meinetwegen auch fahren ja sollten wir ohne auffällig bitte es fährt als nächstes irgendwie ein schwarzer mercedes vor von das gebäude das könnt ihr gerade als sie losfahren wollen auch sehen und das steigt halt eine gespürt angestellt mit schwarzem kapuz und polier aus eine frau jeans und stiefel ich versuche da auch ein willenskraft punkt ausgeben für einen erfolg zu kaufen auch sind sogar wirklich 20 ich höre ich kann acht plus die willenskraft punkt also drei erfolge siehst du ja sich aura farben mehr drei erfolge ist muster erkennbar die hauptfarbe ist erkennbar und die schattierung fahl oder hell ist erkennbar also das sind alles vampire da drüben und die sind ja unterschiedlich akkönig teilweise aggressiv misstrauisch einige sind besorgt auch in dem kruz und poli auch ja das ist eine vampire die hat sogar die diablerie zeichen also einige von denen haben die zeichen sie waren anstellen irgendwelche zeichen an den männern gesehen tätowierungen hat man nicht verteilt die frau hat keine aber die anderen haben das war die zweite frage war waren bild im gericht hast du zeichner männer gesehen tätowierungen oder so etwas ehrlich gesagt habe ich da nicht so ganz drauf geachtet ich habe nur gesehen wie sie in dem raum hin und her gelaufen sind und die kisten geschlagen haben und das haarige ding und das fühlte sich alles nicht gut an gar nicht gut sage ich dir müssen warten bis sie weg sind und müssen den ort untersuchen aber papa was ist wenn sie so lange weg sind dass die sonne aufgeht sie morgen wiederkommen ok ist es noch irgendjemand in autos ja da stehen halt welche und gucken halt so keiner kommt oder nicht ja gut dann frau ist inzwischen ins gebäude gegangen wenn ihr lang genug abwartet ist es wird dann kurz vor sonnen und also sonnenaufgang wird wenn die lieferwagen versteht ja gut müssen dringend in die wohnung morgen direkt nach sonnenuntergang gut dann haben wir was was wir für die nächste sitzung bespielen können denn wir haben zweieinhalb stunden rum und mit der mit dem eindruck scheiße es geht jetzt bald die sonne auf und wir müssen einen sicheren unterstopp finden wir wollen aber eigentlich wissen was darin los ist entlassen wir die gruppe in eine ungewisse zukunft in den morgen in den anbrechen morgen und dann schauen wir mal ja ich bedanke mich auf jeden fall für das mitspielen ja danke fürs leiten ja gerne bitte und ja hier ganz viele leute im chat heute das hat mich sehr gefreut und ja kommen wir habe ich denn hier alles drin ein paar namen nennen electric all along demonic sugar dekars dekars smurf der drolyko habe ich ganz klar gesehen commander rot oder root vanannanen katze amera feramin hotnee irgend so ein typ kniffs lucky lucano spoon genau das spoon danke auch noch mal für die nachricht auf dem pol für die lange ja und stefan und hoops und ziala danke fürs zugucken und wenn ihr mehr wissen wollt wenn es wie wann es weitergeht und wie es weitergeht dann schaut auf dem pol wahrscheinlich geht es in zwei wochen am sonntag weiter wenn da nichts dazwischen kommt und ja auf dem pol gibt es gab ganz viele andere tolle runden unter anderem von sero und joe auf ihrem kanal wann gibt es da bei euch wieder neues morgen was gibt es offline ja wir produzieren das morgen also nehmen es auf und ihr stellt irgendwann hin also ich komme das neue folge von statt der finsternis bald mal ja die soweit fertig aber da wenn ihr die schaut da ist der ton halt leider ein bisschen verkackt und ich hab's nicht jetzt nicht ewig darüber reden hätte doch ich muss darüber reden weil er erstmal habe ich alles geschnitten und dann habe ich alles ab der dritten folge ist das mikrofon wesentlich besser weil es steht jetzt perfekt gut ja also verlinkt den kanal von sero und joe auf jeden fall unten auch in den beschreibungen und beim misch kann gibt es bestimmt nächste woche auch ganz viel tolles ich hab nächste woche fast kein stream was skandal grauenvolle drei abende wo ich nicht irgendwo was mache der so tatsächlich spielen also stream tue ich erst wieder mittwoch ich wollte aber noch mal was anmerken das war nämlich echt cool wir haben gestern eine runde dsa gespielt bestehen und vergänglichkeit und da hatten der rukala und der ophelius ich und namen erst mal vor der kamera und haben sich echt super geschlagen genau videos wer cool wenn er den mal feedback drunter schreibt weil ich fand das war eine coole leistung so das erste mal und dann ja und so weiter und so wie kommen vor die kamera nicht war da ich ja nicht existiere da ich ja nur zusammengebaut bin ist es einfach so ich ich bin gar nicht da ich bin nur ein 1 1 ton band welches töne von sich gibt also auch misch kann verlinke ich euch wie immer unten drunter und schaut einfach mal vorbei und hinterlasst nette worte hinterlasst auch hier bei unserer runde nette worte so wie er das eigentlich immer macht es ist immer ganz ganz toll zu lesen und dann sagen wir mal den segen der nacht bis zum nächsten mal und stopp eine sache ich noch sagen falls ihr am nächsten wochenende nichts vor habt am samstag und ihr aus dem ruhrgebiet kommt dann schaut doch mal vorbei beim mengen der mengen der rollenspieltag in dortmund mengene da gibt es ganz viele nordpoler zu sehen die ihre spielrunden leiten und ich werde da auch auf jeden fall irgendwo rum hüpfen so ist das zumindest geplant und vielleicht sieht man sich daher also wer ist aus dem ruhrgebiet kommt da sind die wege kurz und schaut mal vorbei und wenn ihr nicht wisst was das ist einfach mal auf den nordpol gehen das ist auch beschrieben oder einfach mal in google mengen der rollenspieltag eintippen dann findet man das auch tschüss tschüss